Mein Herzenswunsch als Friseur war nicht nur konsequente Naturkosmetik für Haut und Haar anzubieten, sondern auch ein fundiertes Wissen zu vermitteln an die Friseure und mit unserer hauseigenen Akademie gelingt uns das sehr gut. Die Nachfrage ist immer größer, genauso wie bei unseren Friseuren. Wir beliefern mittlerweile weit über 1000 Friseure mit unseren Produkten und mit unserer Philosophie.